Norddeutscher Rundfunk 2021 Happy Birthday. Happy Birthday. Wie geil, danke. Was wäre ein Sommer ohne ein neues Abenteuer? Wer ist da oben? Die coolste Bande der Welt kehrt zurück. Frank! Hab ich gewonnen? Um Ihren Freund zu retten. Er braucht eine neue Leber. Ich weiß, das klingt schrecklich. Ist aber leider so. Wie siehst du denn aus? Wurdest du von den Simpsons adoptiert? Simpsons. Wir müssen sie alles geben. Wir müssen Dennis aus dem Knast holen. Das ist unsere einzige Chance, Frank zu retten. Das ist der ausbruchsicherste Knast in ganz Pott. Aber doch nicht der einbruchsicherste. Tja, sieht so aus, als bräuchten wir ein neues Hauptquartier. Tada! Du hast, du hast, du hast das Volk zum Superhelden. Tag, ich schau beim Meeting am 11. Ihr braucht meine Hilfe. Du hast, du hast, du hast das Volk zum Superhelden. Das fliegende Auge. Au! Ihr wollt, dass ich meine Autorität als Erziehungsberechtigter an den Nagel hänge und mit euch in den Mist verbocke? Glaubt ihr wirklich, dass ich es gut finde, dass ihr euch gegen alles und jeden auflebt, anstatt einfach mal auf die Erwachsenen zu hören und euch an Regeln zu halten? Ja gut, ich bin dabei. Mich interessieren ihre Scheiß-Vorschriften nicht. Sie dummes Arschloch. Wir haben Dennis reingebracht und wir holen ihn noch wieder raus. Ich rette Mäd. Für alle. Alle für alle! Forspart Krokodile dran! Findest du das cool? Wieso? Weil du den Stift die ganze Zeit falsch rum im Mund hältst. Ihr größtes Abenteuer beginnt im Januar 2011. Wir sind schon wieder ein Erwachsenen. Wir haben noch nicht ausgerufen, wir bilden eine Stiftung.